Uhuhuuu! Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wism zusammen mit dem Nefi Schnefi und dem Goro-Sch-Boro Was? Goro-Sch-Boro? Goro-Sch-Boro Oh, sind hier viele Shards geil Nämlich nur meine engen Freunde Achso Die engen Meine guten Freunde Die engen Macht der weiße? Nix, der ist nur schön, okay Give me all the Shards Mach mich mal aufm Weg nach draußen so langsam Ja, aber dann lass mich bitte nicht hier unten Hier ist noch Gold Ich dachte, wir leeren jetzt nochmal die Höhle hier vom richtig geilen Shit Ja, mach ich ja, Shards und äh Ne, hier geht's runter Oh, die Shards kann ich nicht mitnehmen Neeein! Ach, 4 Redstone, scheiß auf die 4 Redstone, ey Was? Hat er nicht gesagt Wo bist du denn hingegangen jetzt? Warte, ich komme zurück Hier bin ich Oh, da ist noch Gold Da ist ein brauner Horse Nein, ich habe einen Horse-Effekt Ich bin hier oben Siehst du meinen Namen nicht? Dreh dich mal um Dreh dich um Dreh dich erst hier denn Ich bin hier Das ist noch ein brauner Kristall Den mache ich mal weg Bevor du den auch hast Wie bist du da hingekommen? Weiß ich nicht Ich bin irgendwo hochgesprungen und dann war ich hier auf einmal Bin jetzt über dir Ja, entweder komme ich hoch oder du runter Obwohl, warte Ja, kommst du runter Ja Ich muss noch das ganze Eisen schnabulieren hier Insolut geil Nein Nein Oh 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 Gott Oh Oh, das hat so alles in meinem War schön Oh, der Moment an dem sich die Haare so auch am Arm hoch stellen Wenn du runterfällst, weißt du Achterbahn-Feeling, ja? Was? Oh, Gold Alter Ich hatte Spaß Ja, oh Ich geh jetzt hier einfach schräg hoch, ey Er schreckt sich voll übel Wäre natürlich jetzt mies, wenn ich bei irgendjemandem im Haus rauskomme Tun wir nicht, das sehe ich auf meiner Karte Tun wir nicht, das sehe ich auf meiner Karte So Oh, was ist das denn? Ich hab da echt ein Hänschen für, glaube ich Ein Hänschen? Ein Hänschen Oh nein Wo kommen wir denn jetzt raus? Voll gut kommen wir raus Im Wasser, wie immer Ist das sicher? Ja Oh Gott, ist das tief Oh Gott Oh, wir schaffen es, okay Hallo Note Ich schaff's nicht Doch, das schaffst du Ernsthaft? Oh Gott Alleine dieses Oh Gott Oh Ich will doch nur scannen Was willst du jetzt? Ich bin unter Wasser, ich will nur scannen und Aua Hast du schon so einen Tintenfisch gescannt? Glaub schon Wir müssen aus dem Wasser Wem sagst du das? Ey Ey Wir haben noch keinen Schnellschwimm-Skill Kriegen wir auch nicht Oh, Seerosen Die besten, die besten Freunde von uns Ja Yes Nein Hä, kann ich mit dem Schwert auch schneller aufsteigen? Warte mal Ja Oh krass Ah, ich seh mein Haus Hast du mitgekriegt? Du kannst mit dem Schwert schneller aufsteigen Ja im Wasser Echt? Ja Warum machst du denn eben so einen Larry? Ja Ich hab an dich gedacht Nee, komm Oh, du bist so Nein Ha, gay Wenn ich dir das jetzt glauben würde Oh Mann Da geht's lang, okay Warum sind hier Bäume mitten im Wasser? Warum, warum, warum sind da Bäume im Wasser? Was? Leveln und loben Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wer im nächsten Projekt mein Aufnahmepartner wird Warum? Warum? Darum Wird darum Warum? Was hat die denn damit zu tun? Ja, was hat die denn damit zu tun? Willst du mir die lieber aufnehmen? Ist es das? Ja, ist es das Ich glaub die ist nicht so, die ist nicht so Gaming Meinst du? Ist sie nicht so gut Gaming? Ha, 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 ha Aua Oh, das tut weh Was ist los, Wuffi? Wuffi kam auf mich zugelaufen als ich durch die Tür kam, das war voll knuffig Du bist wieder da Ja, so kam der auf mich zu Und du nur gib aus der Sonne Ich kann der nicht zum sitzen hin Hä? Gehorcht Wuffi Setzt nicht hin Nein, niemals Der will sich nicht hinsetzen. Er hasst mich. Was ist Wuffy? Setz dich hin. Okay, bleib halt hier. Ich schmelze mal meine 17 Gold, die ich im Inventar habe. Ja, ich schmelze schon die 4 Gold, die ich habe. Dann habe ich 2 Stacks Eisen. Das ist schon ziemlich awesome, oder? 2 Stacks Eisen. Und 22 Rubies. Ruby, 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 Ruby. Ah. Das klang ihm ja geschlagen als gesungen. Also, du willst einen Regeneration Crystal, ne? Ach so, ja. Aber ich dachte auch, einen neuen Aufnahmepartner. Das stimmt auch. Das ist nur eine Reaktion auf die. Im Übrigen, Ruther und Herblaze sind jetzt aus dem Projekt raus. Aus freien Stücken. Die haben keine Lust mehr, glaube ich. Irgendwie kam das so rüber. Ja. Aber es nähert sich ja sowieso alles dem Ende hier. Leider Gottes ändert es sich ja alles hier. Wenigstens noch vererben können, das Zeug. Ja, hier. Willst du? Fäb dir das hin. Willst du? Uh. Wuffi! Wuffi! Ich gehe. Wuffi, Wuffi! Was? Wuffi! Wuffi, Wuffi, Wuffi! Na, 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 na! Oh Gott. Willst du? Nervig, ne? Oh, scheiße. 24 Dias, oder? Ja. Die können ja nicht nur alle Dias, oder? Steht der Name drauf? Ja. Das will ich sehen. Ich brauche einen Goldblock. Ja, kriegst du gleich. Warte. Glaube ich. Also, ich brauche einen Redstoneblock. Das habe ich. Dann brauche ich einen Glowstoneblock. Dann brauche ich zwei Obsidian und einen Goldblock. Cool. Einmal dann das Obsidian bei Dr. Darlow. Wollen wir mal ein bisschen mehr direkt. Oder warte mal. Ähm. Ah, nee, reicht nicht. Scheiße. In den Kommentaren wurde mir übrigens erklärt, wie Darlow's Meta-Maschine funktioniert. Ah. Aber ich habe leider keinen Redstone. Ah, ich kann den Block jetzt zu Redstone machen. Ja, warte mal. Soll ich, pass auf. Sollen wir das zusammen machen? Geht das denn nicht schneller? Das, äh, Redstone machen hier? Das Obsidian-Meinste? Nein, das, das, das Obsidian-Buddeln. Weiß ich nicht. Einer geht mit, einer geht mit, einer geht mit Buddeln das Obsidian abbauen und der andere setzt das Redstone. Wieso geht das nicht mit Buddeln jetzt? Weiß ich nicht. Sagst du nicht, es geht? Ich versuche es. Ich versuche es. Geht nicht? Ja, die Obsidian-Totems ging. Das ist traurig. Ich höre die Gas, die macht mich nervös. So. Ähm, warte. Ist doch schön, dass er eine Obsidian-Kiste hingestellt hat. Wo wir nicht dran dürfen. Oh, mit ab. Leider, ne? Ah, okay. MDK. Oh nein, ich habe aus Versehen aufgehört. Schlimmste Fehler in Minecraft. Ich muss mit meiner Spitzhacke aufpassen, weil wenn ich zu lange haue, haue ich seine Maschine kaputt. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Rollin, rollin, rollin. Hä? Hast du den da eng gesetzt? Ja, leider. Das Umdrehen war cool. Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Ich habe genau so als ihn gesetzt. Das ist mal der Redstone, das Obsidian bei mir. Wir brauchen zwei Obsidian pro Kristall. Wie viele hast du schon? Wie viele? Ich habe sieben. Können wir vier Kristalle machen. Ja, reicht doch, oder? Weil ich habe einen. Ja, dann machen wir noch einen hier. Die Ladung machen wir noch weg. Ja, dann müssen wir aber noch einen machen, damit wir noch einen Kristall machen können. Ach komm, was soll's. Was soll der Geiz? Dauert er nicht lange? Ich habe gestern gegoogelt für Grants. Es dauert zehn Sekunden, einen Obsidian-Block abzubauen. Also ich brauche nicht so lange. Ja, da sieht man es wieder. Kannst du ruhig wieder nachbauen. Scheiße, wo kommt das hin? Ich glaube nämlich nicht, dass es jetzt wieder funktionieren. Warum? Ah, doch, es geht. Okay. Ich habe eine kurze Angst. Ah, da war noch ein Stein. Ich habe noch einen kaputtgehauen. Da waren schon zwei weg. Ich sah dann nur, dass da Redstone hinterlag. Dann dachte ich schon, oh, jetzt hast du den Mechanismus kaputt gemacht. Oh. Aber es ging ja. Es geht ja immer noch. Also es ist alles gut. Hoff ich. Ich habe es bestimmt jetzt verbessert oder so. Wie willst du die Maschine denn verbessern? Glowstone. Wo ist denn mein Closedown? Da ist mein Closedown. Also. Hast du denn dein Lämpchen mit? Hast du nicht. Okay. Ähm. Ich bin gleich wieder da. Nein. Ich kann dir auch das Zeug geben und dann baust du ihn selber. Nein. Ich hole den mal schnell. Warte. Warte, sonst würde ich mir jetzt eben schon mal Fire Resistance bauen. Dann mach das doch. Äh. Oh Gott. Wir haben so viel Scheiße. Warum mit Agnepiel eigentlich nicht die Scheiße? Hat er doch. Die ganzen Research Notes. Die unsagbar teuren. Könntest du dann noch ein XP-Kristall mehr bauen? Du hast noch einen. Ne. Ich habe Schatz. Wieso hast du die Schatz? Wie bitte? Wieso hast du die Schatz? Der war ich eben in der Mine war mit dir. Du hast ein XP-Kristall abgebaut. Jawohl. Wieso sagst du mir nicht Bescheid? Ich hätte den nicht zurücktatschen können. Okay, er hat sich ledig. Ähm. Wieder zu Hause. Ich habe im Übrigen jetzt ein bisschen Obsidian verbraucht. Denn Leute, ich werde das Versprechen einlösen. Ja, mach diese. Eine zweite Pleasure Plate für tausend. Oh nein. So. Es ist vollbracht. Leute. Das, was ich schon Ewigkeiten angekündigt habe. Hast du noch Gold in der Tash? Gold in der Tash? Hast du schon Gold Lock fertig ein? Ja. Läufst du jetzt zu deiner Base? Bin gleich wieder da. Nächstes Mal, wo wir wieder nehmen. Äh. Purple. Ist Purple sicher, dass Purple für... Ja. Ja, okay. Ich habe lieber nochmal geguckt. Oh, Hauptsache, du glaubst mir nicht, wahr? Ne, da habe ich jetzt echt nicht geglaubt. Bin zutiefst erschüttert. Ich bin mir bei diesen ganzen Lila-Tönen nie sicher. Lila-Tönen, Lila-Tönen. So, so muss ich noch irgendwas mitnehmen. Weiß ich nicht, Guru. Redstone, Glowstone? Ne, das habe ich alles. Alles. Hä? Kommst du da Gold runter? Ah. Purple Potion Crystal. Heißt das jeder... Ach nee, du hast ja deinen kaputt gemacht. Aha, ich wollte mich schon freuen, dass jetzt jeder hier so ein... Huch. Was kam da gerade? Ah, das ist geil. Kam so Gold in mein... Gold. Kam Gold in mein Gesicht. Thanks for the gold. Äh. Mein Hund rastet aus. Ja, weil es total langweilig ist. Der Hund ist ja irgendwie das Spannendste hier. Na, wofi? 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 Willst du einen Schnitzel haben? Ja, du willst einen Schnitzel haben, ne? Feine Schnitzel. Feine Schnitzel. Ja, such. Such. Ja, such den Bösen. Such den Bösen. Ja, da ist er. Such den. Ja, weiß. Was? 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 Bling, 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 bling. Oh, das geht jetzt ganz schön ab, oder? Ich bin Level 25, das geht dann leider nicht mehr so schnell. Kannst du nicht auch noch den hier hinten, den du hast, verbessern? Ja. Aber warte, ich gucke gerade noch was. Oder haben wir genug Gold? Na, ich habe noch... Ne. Wir haben nicht genug Gold. Kann ich den jetzt einfach so abbauen in der Hacke? Ähm. Ja. Angst, ey. Da. Äh. Äh. Wieder nichts geschafft in der Folge eigentlich. Na doch, wir haben die Crystals fertig. Aber die Frage ist, ist es schlauer, jetzt irgendwo hier eine Base mit Crystals zu machen, oder? Ja, hier, eigentlich ja hier, oder? Hier auch einen hin, auf jeden Fall, so. Das bringt es auf jeden Fall ein. Im Prinzip wäre das Geilste, wenn hier so wäre. Oh, dann kriegst du zu Hause keine mehr. Dann ist das so, dann müssen wir demnächst nochmal... Müssen wir demnächst nochmal machen. Vorher ja auch schon keine zu Hause gemacht. Wee. Okay. Oder zu Hause gekriegt. Äh, ich muss mal hier mein Zeug reinrollen, damit ich mal ein bisschen Ordnung habe. Redstone. Ich fliege dann mal wieder rüber zu meinem Haus. Viel Spaß. Dankeschön, weil die Folge sind nicht gleich zu Ende. Ja, in einer Minute. Das waren sehr ruhige Folgen. Das waren wirklich sehr ruhige Folgen, bis das Nephias mich umbringen wollte, zwar mal. Aber sonst sehr gediegen. Soll ich nochmal rübergehen mit dem Klatschen? Es ist im Übrigen jetzt, ich kann es mal sagen, wie es ist, es ist halt kein PvP-Team intern. Ich wollte ihn gestern auch so oft bei Gestrande töten, aber ich durfte ja nicht. Nein, ich wollte dich nicht töten. Ich will immer alle mit meinem Bogen abschießen. Es ist voll der Fetisch irgendwie. Wie geht es dir so damit? Gar nicht so geil. Oh, ich kann mein Scher... Ohohohohohohohoho. Was kannst du? Nichts, nichts. Was kannst du? Hast du Kerzenfragen? Nephias. So haben wir nicht gewettet, mein Freund Naja, ich fang dann schon mal an, abzumoderieren Sharpness 5 und Repair 2 auf meinem Windschwert Sharpness 5? Ja Und es repairt sich selbst Im Blut der Gegner, ne? Ne, im Licht Im feines Licht ist, also ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen WUFI, SETZ DICH HIN! Ja, okay, tschüss, bis zum nächsten Mal, das war schön mit euch Bis dann, tschüss Tschüss